frage vom dienen und herrschen jesus versprach den zwölf aposteln im reich gottes mit ihm an einem tisch zu sitzen wen würden sie von ihren thronen aus richten antwort ihr sollt in meinem reich an meinem tisch essen und trinken und ihr sollt auf thronen sitzen und die zwölf stämme israels richten vom dienen und herrschen es entstand unter ihnen ein streit darüber wer von ihnen wohl der größte sei da sagte jesus zu ihnen die könige herrschen über ihre völker und die vollmacht über sie haben lassen sich wohltäter nennen bei euch aber soll es nicht so sein sondern der größte unter euch soll werden wie der jüngste und der führende soll werden wie der dienende denn wer ist größer der bei tisch sitzt oder der bedient ist es nicht der der bei tisch sitzt ich aber bin unter euch wie der bedient ihr aber habt in meinen prüfungen bei mir ausgeharrt darum vermache ich euch das reich wie es mein vater mir vermacht hat ihr sollt in meinem reich an meinem tisch essen und trinken und ihr sollt auf thronen sitzen und die zwölf stämme israels richten und ihr sollt auf thronen und ihr sollt auf thronen